Liebe Studierende, willkommen zum vierten Podcast des Semesters. Für diese Zusammenfassung fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit auf folgende Themen. Erstens die Erzeugung von magnetischen Feldern. Zweitens die Definition des magnetischen Flusses und das Induktionsgesetz. Drittens das Durchflutungsgesetz als Instrument zur Berechnung von magnetischen Feldern. Und schließlich die Lorentzkraft, eine Kraft magnetischer Natur. Wir gingen analog wie bei den elektrischen Feldern vor und stellten mit Hilfe von Eisenpfeilspänen fest, wie magnetische Felder erzeugt werden können. Mit permanenten Magneten, das heißt magnetische Dipole. Es sei betont, dass es keine magnetischen Monopole gibt. Die kleinste magnetische Einheit ist ein Dipol. Und mit elektrischen Strömen. Das magnetische Feld, wie das elektrische, ist eine vektorielle Größe. Und dessen Verteilung im Raum wird nochmals durch Feldlinien ermöglicht. Der magnetische Feldvektor ist Tangent zur Feldlinie. Die Feldlinien verbinden den Nord mit dem Südpol bei einem Permanentmagnet und generell sind sie geschlossene Linien. Mit der rechten Handregel lässt sich die Orientierung des Feldes nach der Richtung des Stroms bestimmen. Eine langgestreckte, stromdurchflossene Spule ist ein typischer Schaltelement, um magnetische Felder zu erzeugen. Die magnetische Feldstärke im Innern einer langen Spule lässt sich embepirisch feststellen und ist dem Spulenstrom I und der Windungsdichte N durch L proportional für eine Spule mit N-Windungen und Länge L. Der Proportionalitätsfaktor wird zu 1 und dimensionslos festgelegt. Wir haben dann die magnetische Induktion eingeführt. In Spule 1 kann durch das Anschalten eines elektrischen Stroms ein Magnetfeld erzeugt werden. Spule 2 steht ihr derart gegenüber, dass die magnetischen Feldlinien in sie hineingreifen können. Im Sekundärkreis wird eine Induktionsspannung registriert bei Feldänderung, Formänderung, Lageänderung. Die einzige Verbindung zwischen Primärspule 1 und Sekundärspule 2 wird dabei durch das magnetische Feld vermittelt. Um eine quantitative Diskussion der elektromagnetischen Induktion zu ermöglichen, betrachten wir die experimentelle Variante von zwei aufeinandergewickelten Spulen. Dieses Experiment zeigt, dass die induzierte Spannung der zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses proportional ist. Der magnetische Fluss lässt sich analog zur Elektrostatik als Flächenintegral der sogenannten magnetischen Flussdichte B definieren, wobei die magnetische Flussdichte gleich dem Produkt zwischen magnetischer Feldstärke H und magnetischer Feldkonstante µ0 ist. Die Polarität der Induktionsspannung erhält man mit Hilfe der Ländchenregel. Durch die Änderung des magnetischen Flusses durch die Leiterschleife wird eine Spannung induziert, sodass der dadurch fließende Strom ein Magnetfeld B-Stern erzeugt, welches der Flussänderung des äußeren Magnetfeldes B entgegenwirkt. Oder salopp ausgedrückt, die Leiterschleife wehrt sich dagegen, dass Feldlinien durch sie indurchgesteckt oder aus ihr herausgenommen werden. In anderen Worten, gibt es eine Zunahme des magnetischen Flusses, wird das induzierte Feld gegen das äußere Feld orientiert sein. Bei einer Abnahme des Flusses wird das induzierte Feld parallel zum äußeren Feld orientiert. Wir haben dann das Linienintegral der magnetischen Feldstärke berücksichtigt und als Anwendung dessen Ringintegration, d.h. das Linienintegral auf einem geschlossenen Weg des magnetischen Feldes. Das Ringintegral der magnetischen Feldstärke ist gleich dem elektrischen Strom, der durch die vom Integrationsweg eingeschlossene Fläche indurchfließt. Was als erste Form des Durchflutungsgesetzes bekannt ist. Für die Verallgemeinerung des Durchflutungsgesetzes müssen wir zunächst die Definition der Stromdichte einführen, sodass der totale Strom als Flächenintegral der Stromdichte ist. Wie beim Gausschen Satz ist auch hier die Wahl des geschlossenen Wegs uns überlassen. Die verschiedenen Anwendungen des Durchflutungsgesetzes haben uns ihre Bedeutung gezeigt, um magnetische Felder, erzeugt bei einer Stromverteilung, zu eruieren. Zusammengefasst, die Maxwell-Gleichungen, Induktionsgesetz und Durchflutungsgesetz, verknüpfen elektrische und magnetische Felder miteinander. Sondern, ändert sich eines von beiden, taucht sofort das andere auf. Elektromagnetische Welle sind derartige Feldverknüpfungen. Wir haben uns dann mit den magnetischen Kräften beschäftigt, die ein Strom im magnetischen Feld erlebt. Tatsächlich, stromdurchflossene Leiterdrähte erfahren in magnetischen Feldern Kräfte. In vektorieller Form entspricht dies dem Lorentzchen Kraftgesetz, gleich Strom I mal Vektorprodukt zwischen Segment der Länge L und magnetische Flussdichte B. Diese Kraft ist senkrecht zum Feld B und Segment L, wo der Strom I fließt. Es sei bemerkt, dass L die effektive Länge des Segments im magnetischen Feld ist, wo der Strom I tatsächlich fließt. Die gleiche Kraft auf eine bewegte Punktladung im magnetischen Feld ist somit gleich Ladung Q mal Vektorprodukt zwischen deren Geschwindigkeit V und magnetische Flussdichte B. Die Lorentzkraft ermöglicht uns auch, die Kraft zwischen parallelen stromdurchflossenden Leitern zu berechnen. Diese Kraft ist proportional zum Produkt der Ströme und inversproportional zum Abstand zwischen den Strömen, was der Erklärung der magnetischen Wirkung des Stroms entspricht. Schließlich haben wir die Formel des Biosavar-Gesetzes eingeführt. So wie man die elektrische Ladungsverteilung in Ladungselemente aufteilt, denkt man sich nun eine Stromverteilung in lauter Stromelemente I mal Delta L zerlegt. Man kommt so zum Gesetz von Biosavar für die Berechnung der dazugehörenden magnetischen Flussdichte B, was eine Alternative zum Durchflutungsgesetz ist. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen auseinandersetzen. Wir werden die magnetischen Selbst- und Gegeninduktion physikalisch erklären sowie die Energie zum Aufbau eines magnetischen Feldes berechnen. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen.